Die Masters-Matter-Klasse sind weggefahren nach Spanien, Italien, Portugal und ich. Scheiße! Was ist? Ach nichts. Es ist super, dass ihr Simon mitnehmt. Kacke. Okay, ich schick ihm nehm Fahrrad rüber. Wäre das vielleicht möglich, dass ich heute etwas früher gehe? Du siehst doch, was hier los ist. Ich hab Kinokarten für uns drei besorgt. Sie sind noch nicht dran, warten Sie bitte, ja? Geht das doch freundlicher? Ach, da ist er. Ach Mensch, Murat. Ach, Mann, so ne Scheiße! Ach, Mann, so ne Scheiße!